Der Betaflight von Forever Skies 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 Sons of Forest v Rising Der Betaflight von Forever Skies 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 So, jetzt haben wir den Gastro-Virus da. So, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt haben wir das. Ich glaube, sie meint mich. Was habe ich? Glaube ich halt. So, wir haben jetzt diesen komischen... Jetzt haben wir diesen Gastro-Virus. So, jetzt wissen wir mal, wo der herkommt. Was ich noch gesehen habe, ist, wir müssen... Wir können den Immunity-Booster jetzt da herstellen, dadurch. Wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche... Nein, können wir nicht. Wir müssen den mal erforschen. So gehört es. Wir brauchen jetzt mal den noch. Das ist nämlich letztens nicht gegangen, den zu erforschen. Natürlich begrüße ich die Cara. Das ist, glaube ich, nur im Gespräch ein bisschen Untergang, ne? So, jetzt haben wir das hier. Jetzt können wir theoretisch ja so einen Immunity-Booster basteln. Also brauchen wir aber das Medical Reagent. Und das wiederum bekommen wir... ...im Underground. Das heißt, wir werden uns hier wieder kurz verziehen müssen. Jetzt sind sie auf der Karte hier oben. Die Framerate ist mies neben die komischen Dinger hier. Und machen wir... Fliegen wir lieber in die Richtung, sind wir schneller. Da vorne ist schon eins, da fliegen wir jetzt hin. Hydration. Hydration level is decreasing. Also wirklich eigenartig, dass die Demo so früh raus... Also, dass die unabsichtlich sozusagen rausgekaut haben. Weil erstens mal benachrichtigt hat mich da natürlich nichts von benachrichtigt jetzt. Und zweitens mal haben sie ankündigt, dass zum Steam Next Festival... Dass das Steam Next Festival... ...dass es da erst kommt. Der Wasabi weiß da sehr sicher. Haben sie das heute erst unabsichtlich veröffentlicht? Nee, gestern hast du gesagt, gell? Ja, okay. Also nicht unabsichtlich, sondern der eine hat der Publisher rausgehauen und der andere wollte nicht. Oder irgendwie sowas wie gesagt, dass da grennt. Auf jeden Fall sollte es so nicht sein, weil es steht ja genau auf der Steam Seite. Auf jeden Fall steht ja gar noch dabei. Juhu, die Demo ab 8. Und dann flupp, bist du auf einmal da, ne? Ach so, meinst du, dass das eine jetzt ein Ding ist und die andere verbessert wird dann? So haben sie es nämlich irgendwie auch nicht geschrieben. Ich glaube, da ist irgendwas schief gegangen. Aber rum, drum, egal wie, Steam und so hat mich natürlich nicht benachrichtigt dafür. Finde ich nett von Steam. Wir werden dann natürlich da reinschauen gleich. Das lädt im Hintergrund, ist ja runter. Mal schauen, das wird jetzt ein bisschen die Übertragung... Das wird jetzt ein bisschen die Übertragung beeinflussen, aber ist bald erledigt, der Download. Er lädt aktuell mit 29 MB pro Sekunde. Das sollte bald erledigt sein. Na, wenn sie einen Patch dafür auch rauskriegt haben, dann bleibt es ja wenigstens. Wie gesagt, wir machen hier das Spiel fertig. Uns fehlt ja hier nur der eine Turm eigentlich. Den werden wir sicher geben und dann springen wir zu Entschrouded. Nur, wie gesagt, das überschlagt sich natürlich wieder alles. Eigentlich sollte Entschrouded ja jetzt noch nicht da sein. Sollte noch nicht da sein. Ich wollte hier eigentlich eine Zack-and-Line-Runde machen und mit Forever Skies hier eine Runde drehen. Eben fertig machen. Das ist ja nur ein Beta-Patch. Das ist ja eh bald erledigt. Das ist nur gestern. Wir haben nur gestern ja den nicht gefunden, wo wir hin mussten. Das war ja das große Problem an dem. Vorgestern, sorry. Gestern war dann nicht möglich irgendwie. Nein, nein, das kommt heute sicher noch, Wasabi. Ich überlege nur, ob er vor oder nach Entschrouded ist. Aber wahrscheinlich nach Entschrouded, weil ohne Sankenland geht nichts. Mir fehlt ein Part. Aber es wird natürlich hinter dem anderen angestellt. Nein, 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 das kommt schon. Ich weiß, dass du das nicht magst, aber das Spiel mögen ganz viele andere. Ich habe jeden Tag am Part gehabt. Und durch die Rauschaktion gestern war gestern nichts und heute auch wieder nichts. Das geht gar nicht. Aber dadurch, dass Entschrouded jetzt kommt, muss natürlich vorher Entschrouded her. Natürlich sogar. Also vielleicht hängen wir dann eh in Entschrouded fest und pfeifen aufs andere. Das kann natürlich auch passieren. Wäre ja nicht das erste Mal. Gehst du mal auf meinen Kanal auf YouTube, bitte, und schaust dir die Aufrufszahlen von Sankenland an. Und dann zählst du nochmal nach, ob das drei sind. Nur Interesses halber. Oh Gott, wo ist denn das denn? Oh Gott, wo ist denn das denn? YouTube bin ich da hinkommen, wo ich jetzt bin. Das werde ich nicht ignorieren. Aber ich weiß, was du meinst. Twitch Streaming ist schon recht lustig. Vor allem, weil es immer gleich live mit den Leuten quatschen alles. Das kann schon was. Ein altes, isotonisches Getränk. Was für eine Überraschung. Ach Gott, jetzt ist der Aufzug wieder in die andere Richtung. So, jetzt müssen wir irgendwie... Wo war denn das? Los. Genau, so. Darüber geht es jetzt ja nicht weiter. Da war ich ja gerade. Gut. Ich müsste zum Labor rauf. Pass auf. Das brauchen wir hier. Nichts lesen. Auf da. Hallo Darkie. So, hier müssen wir... ... uns mal durcharbeiten. Ich habe da letztens irgendwo eine Batterie gefunden. Ich hoffe nach wie vor, dass ich die auch jetzt finde. Wenn nicht, haben wir nämlich... Ja, genau, da früher oder später ein Problem. So. Nein. Das machen wir dann oben. Und klicken wir mal da auf. So, Batterie rein. Passt. Sehr gut. Oh, was haben wir hier? Das ist jetzt unser fehlendes Teil. Das nehmen wir natürlich alles mit. Also noch was scannen, wo? Nein. Sonst werden wir hier nochmal... So, jetzt wäre interessant. Wie weit ist es mit den Studien? Ja, genau. So, alles abgeschlossen. Jetzt haben wir das auch alles. Genau, das wollte ich wissen. Hier fehlt uns noch was. Die hier. Aber das ist jetzt wieder was. Und die Virenproben haben wir jetzt da auch alle. Sehr gut. Das gefällt mir. So, jetzt gehen wir zurück und fliegen wieder zu dem anderen Ding. Und sind dann eigentlich... Ja. War auch schon fast fertig. Ich glaube, weil es nicht funktioniert bei ihr. Das ist schade, Cara. Aber ich werde es dann... Wenn es gut ist, rauf runter spielen. Dann... Du kannst gerne jederzeit immer zuschauen. Und ich mache dann halt das, was du machen willst, wenn du es selber nicht kannst. Wäre halt das erste Mal, dass mich eine Frau rumkommandiert. Ha, ha, ha. Ja, ein Schraudet schaut schon gut aus. Ärgert mich nur, dass ich das mit der Demo gestern nicht mitgekriegt habe. Man, gestern wäre es vielleicht wahrscheinlich eh nicht gegangen, aber... Ärgert mich trotzdem ein bisschen, weil langsam geht man die ganze Scheiße da auf den Sack. Steam hat mehrere Spiele. Ähm... Steam hat, ähm... Mehrere Spiele, die was, äh... Immer Demos haben und Dinge kriege, komme ich dann irgendwie selber drauf, weil irgendwie... Findet Steam das nicht wert, dass es in der Bibliothek in den News hinschreibt. Irgendwie ist da in letzter Zeit, kommt da gar nichts mehr an, so wirklich. Ne, was habe ich... Habe ich ja gesagt, wenn, dann zuerst Entschraudet. Nachher erst das Spiel, wo ich weiß, dass es gut ist. So, jetzt haben wir mal alles soweit hier geschafft. Jetzt müssen wir mal das erforschen. So, jetzt nehmen wir mal das da. So, Batterie. Wasabi spielt nur Spiele mit Raumanzügen. Wobei, da müsste mir eigentlich Icarus gefallen. So, jetzt bauen wir sich unseren Immunity Booster. Und das Ding baut man... Ja, genau, das kriegt man eh, was die woher. Gastropyrix und Fungal. Toll. Pyrex. Spungal. Muss man den nochmal basteln, den Virus. Ja, das hört sich ungefähr so an. Hört sich logisch an, irgendwie, Cara. Irgendwie, dass es so passiert ist, ja. So, wir fliegen hier weg. Zu dem nächsten Ding. So, da hinten, so ein 1,4 Kilometer. Ja. Ja, da hinten ist er, so. So, Crafters Immunity Booster gemacht. So. Reach the Rufzeichenmarker on the radar. Ja, da sind wir am Weg hin. Also, der Wasabi offenbart gerade, dass er ziemliche Lücken beim Survival hat. Die besten Spiele sind mag er nicht. Und dann spielt er ein Starfield, das was in die Bewertungen immer weiter absackt, weil es eigentlich nur Durchschnitt ist. Also, ganz verstehen tue ich dich da nicht, Wasabi. Aber, das ist das Schöne dran. Man muss ja nicht jedenfalls stehen. So, jetzt bin ich sperrt, was der Kommunikationspunkt von mir will. Also, wie gesagt, ich tu das, ich sag da nur, was ich, was ich lese drüber, weil ich hab's ja nicht installiert. Also, die User-Wertungen sind mittlerweile zum schlechtesten Bethesda-Spiel gegangen auf Steam vor allem, was es bis jetzt gegeben hat. Nur die Metakritik ist noch bei 85. Der Rest ist schon schlechter als jedes Fallout. Auf GameStar nachzulesen, falls es dich interessiert. Oder einfach auf Steam zum Schauen. So, jetzt müssen wir wieder re-loggen kurz, weil das irgendwie, wenn man zu dem Turm herkommt, fängt das immer zum Rucken ab. So, jetzt hab ich re-log mal. Nein, nein, Wasabi, GameStar hat nur das berichtet. Die Bewertungen sind ja auf Steam. Aber lass mich raten, auch Steam lügt. Die Bewertungen sind ja auf Steam lügt. Der Download ist schon fertig. Das wäre natürlich jetzt praktisch, weil dann wird das Ganze besser... Ja, passt. Download ist ready. Sehr gut. Also, wir können dann schon loslegen, theoretisch. Also, wir können dann noch losgelen. Also, wir können dann noch losgelen. Oder ihr könnt. So, wir sind wieder hier. Passt. So, jetzt müssen wir mit dem Immunity-Booster irgendwie darüber. Aber zuerst müssen wir mal unseren Immunity allgemein hochbringen. Wir müssen mal essen. Trinken. Einen Immunity-Booster haben wir eh mit. Ich hoffe, der bleibt eine Weile. Schlafen, gehen wir mal schlafen. So. Jetzt räumen wir noch aus. Ne, also ich weiß nicht. Ich schau halt, ich beobachte das. Nur wie gesagt, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, Starfield ist kein schlechtes Spiel. Ich habe es ja auch gespielt. Das ist ja nicht schlecht. Aber es ist halt auch nicht der Hit, den sie erwartet haben. Siehe Bewertungen. Und das sind die User. Und bei Starfield sind es 100.000, die jetzt gerade nachschaut, nur mehr 75%. Gerade noch größtenteils positiv sind und Sunk and Land nebenbei es besser bewertet. Aber das sind zwei grundverschiedene Spiele. Die kann man sowieso nicht miteinander vergleichen. Aber ich sage nur, die Bewertungen gehen halt runter. Das kann man mögen oder nicht, aber das ist halt Tatsache auf Steam. Kann jeder selbst nachschauen, der Steam hat. Warte, ich muss meine Waffe da noch aufladen. So was brauche ich denn da? Use Immunity Boos. Wie use ich das überhaupt? Das Spiel wollte ich mal gestern den Trailer anschauen. Das hat aber dann irgendwie nicht so funktioniert. Ich habe nur gewusst, dass das jetzt ein bisschen ungünstig kommt, das Spiel. Ich will es mal anschauen, aber ich glaube jetzt gerade, vor allem wenn jetzt Entschrouded Honor dazwischen gekommen ist, wird es ein paar Tage warten müssen. Also Gamester ist für den Arsch, Steam-Bewertungen für den Arsch, also es zählt eh nur deine Meinung. Ohne das Kommentar jetzt ganz zu lesen, weil ich gerade rumrenne. Ja, ungefähr das meinst du. Es ist alles für den Arsch, außer deiner Meinung. Okay. Wo habe ich das letztes Mal schon gehört? Wie used man den komischen Booster? Wie geht das? Oh. Ah, Rechtsklick. Hat der auch nicht heim? Wie lange rennt denn der? Ja. You see multiple to safely explore the game, destroy all the thing. Ja, okay. Also, lassen wir das Thema, okay? Weil wenn alles für den Arsch ist, außer der Meinung, dann brauchen wir über das nicht diskutieren. Reden wir lieber über Sunk and Lined. So, wo ist das zweite Teil? Ich muss ja irgendwie da rauf. Das Problem letztes in dem Tower war, jetzt sterbe ich ja gerade, ne? Das Problem war, dass ich irgendwo die Treppen nicht hochkommen bin. Ich bin da irgendwo angestanden. Aber das hat sich jetzt ja so weit erledigt. Da ist noch eins. So, und jetzt? Jetzt hört das alles zum Blinken auf. Jetzt weiß ich, wo ich da letztens noch draufgekommen bin. Das ist die falsche Seite. Aber warum hagelt ja das Yuzi Multibus dazu? Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht explored habe bis oben hin. Ich habe übrigens jetzt bei dem Spiel hier, weil sich die Leute wundern, dass ich da letztens schon war, ich habe das Save Game neu geladen. Das Originalen, habe die ersten Sachen off-Video nochmal gemacht, weil wir Stunde um Stunde hier gestorben sind bei diesem Spiel, weil wir eben nicht wussten, wo das herkommt. Und das im Endeffekt habe ich jetzt korrigiert, um das in der richtigen Reihenfolge nochmal zu machen. Wie gesagt, das Problem war, dass wir einfach den Ding nicht gehabt haben. Wir hatten das... Power up the computer, okay. Also das Erforschen vom Turm anscheinend funktionieren, indem man hierher geht. Jetzt müssen wir aber mal schauen. Bevor wir alles aufheben, muss man hier nämlich alles zum Scannen probieren in dem Spiel. Man hat nämlich das Problem, dass das nachher nicht mehr geht dann. Leuchtet das Sachen, die ich scannen kann. Oh, die Medical Bench. Nein. Das ist... Okay. Das finde ich an dem Spiel hier wirklich ein bisschen blöd. Dass man... Man muss das scannen, und wenn man das aber nicht scannt, bevor man es aufhebt, dann hat man das Problem, dass man es nicht mehr bekommt. Weil du kannst das nicht mehr ablegen und scannen. So, da brauchen wir eine Feststoffbatterie. Ich habe sogar Batterie. Das war jetzt der Zufall. Aha. Das ist jetzt ja... Witzig. Also es ist nicht eines. Man muss weiterfliegen zum nächsten Greenhouse. Okay. Das überrascht mich jetzt gerade. Ich dachte, wir sind jetzt fertig. Okay. Ich habe übrigens auch schon die komischen Bienchen gefunden. Die Bienchen sind auf normale Umgebung. Ich sehe schon so kleine Schwarm, die einfach da oben sind. Das eine Tierchen habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß aber auch nicht, wo das sein soll, weil wir rennen ja hier wirklich eh schon alles ab. Finden aber dieses Tierchen nicht. Und vielleicht kommt er jetzt hier. Aber wenn es ein Second Greenhouse gibt, entweder ist es genau das gleiche oder es gibt eine andere Variante. Dann könnte es sein, dass dort das Tierchen lebt. Man muss langsam nur dazu sagen, der Immunity Booster hält anscheinend nicht ewig. Wir sollten uns da doch ein bisschen beeilen. So. 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 Ich hoffe, markiert man das jetzt wieder. Er sagt nur, fly to the next inspected greenhouse. Warte, geht die Framerate runter. Uiuiui. Müssen es nur recht schnell sein. Wiener beschädigt? Warum? Welches ist der beschädigt? Hä? Das pfeifen muss ich rein. So, ähm, Reparatur. Nehmen wir das, können wir mit. Die Waffe da ist ja für den Arsch. Oh, wir knallen da voll in den Berg rein, sehe ich gerade. Puh, na Gott sei Dank ist da noch nichts, haha, noch nichts gröberes passiert. Hatte ich nicht irgendwo noch eine Turbine? Strange irgendwie. Ziemlich strange, vor allem, weil er sagt, dass die Turbine beschädigt ist, aber da muss ich dann irgendwo... nicht. Ja, gut. So, jetzt pass. Jetzt haben wir die Türen dazu. Immunity Booster läuft noch. Schauen wir, dass wir da dann kommen, rechtzeitig. Ohne den Booster schauen wir wieder arm aus. Du, 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 du. Du, 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 du. Können Sie mich derweil briefen? Den Nebel muss ich rausschalten in ein Shrouded oder wie? Auf Mittel? Auf Mittel von High oder wo? Wir sind zwar eh gleich da, aber dann kann man da gleich mal was sagen. Da vorne ist schon die Hütte. Auf Mittel, ok Im Menü schätzungsweise Gleich am Anfang, bevor ich noch irgendwas mache Mit dem Charakter oder so Aber ich kann, gibt es Leute, die reinkommen Wenn es nichts verstellen, kann das sein, das geht Oder ist das fix, dass das nicht geht Ja, wenn es da, weil wenn, dann probiere ich es einfach mal aus Und fertig, wenn das gehen kann Wenn das bei niemandem noch jemals funktioniert hat, dann nicht So, jetzt werden wir wieder ablegen, haben wir eh schon Relativ viel abgelegt, glaube ich Ja, das schmeißen wir da wo rein Das war da vorne, so Ja, das sieht gut aus So, testen wir mal Also ist es wert, das zu probieren Okay Wenn wir das tun So Aua Berühren darf ich das Zeug trotzdem, nicht anscheinend Eher suboptimal Und machen wir nachher, zuerst schalten wir das ab Ah ja, hier Einmal Zwei remain Okay Das Schöne ist, dass diese Sources so rot leuchten Und findet sie Irgendwie leuchtet das Ist da Unten irgendwo Ah Das ist nicht, wo ich vorher die Batterie her gehabt habe Will ich mich verarschen? Nee, ernsthaft, jetzt verarschen möchte Soll ich noch zu einem dritten? Hm? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, können wir hier gleich wieder abladen alles? Das ist ein neueres Zeug. Wir laden ab. Und was macht ihr? Hier bleibt die ganzen Sommer hier. Ein hoch auf 8 zu sehr. Super, Leute. Da geht noch mehr! Das ist reinzperseiler und Speeheimer. Der Holy ist ja, glaube ich, gerade auf Urlaub gefahren oder so. Der fehlt uns nämlich hier noch in unserer lusteren Runde. Ah, das wäre natürlich cool. Bis später. Ich weiß noch nicht, was du vorhast, aber vielleicht hat es mit den Raids tun. Wäre natürlich cool. Ich will auch immer in der Nacht, wenn ich raufhöre, letztes Mal habe ich geschaut, ist keiner von den Leuten online, von den Twitchern. Und das war jetzt das Problem, sonst würde ich immer weiter raiden, weil es mir egal. Wenn ich offline gehe, raiden wir halt weiter. Wer noch schauen will, schaut. Ich bin ja schon für alles dankbar, was ihr versucht. Da muss ja keiner was versuchen. Da ist ja schon urschön, wenn ihr überhaupt was versucht. Haben die schon ein paar Mühe gemacht, aber es hat halt noch nicht sein sollen. Naja, ist halt so, kann man nichts machen. Aber danke jedenfalls mal. Wenn ich deine Hand verreibe, schicke ich ein Herz-E-Mode. Warte mal. Ich muss nur landen. So, Spiel. Und ich hoffe, damit das Spiel jetzt da. So, Halk hat urviel, viel auch mehr Emojis haben. Was spielt der gerade? Außer Gott. So Leute, jetzt geht's auf dem Ende zu hier. Weil, wenn das jetzt nochmal zum vierten Mal sagt, finde den vierten Computer, was ich nicht glaube, weil diese Berichte, die was da gescannt hat, 1 von 2, 1 von 3, 2 von 3 waren. Ähm, aber jetzt nervt's euch dann schon, wir haben aber schon so ziemlich alles gemacht und es ändert sich in der Beta hier ja noch einiges in der Beta. Vielleicht haben's auch gesagt, es wird auch ein anderes Item geben, das man zum Beispiel erforschen muss für das eine Teil, was da jetzt für das, für diesen Virus gibt's dann ein anderes. Das haben's schon gesagt, das ist ein Placeholder nicht, aber das, ihr wisst was, ich mein, sie haben da, es wird anders erklärt auch auf jeden Fall, dass man weiß, was man tun muss. Also nicht so wie jetzt so, da ins Leere gestoßen. So, wo ist das? Das leuchtet eh so rot. Zwei hab ich immer gefunden. Ah, Humanities. Das hab ich mal angeschaut. Da hab ich, da hab ich ja Nachricht gekriegt von Steam. Danke Steam, an der Stelle. Und das, ja, wenn ich, wenn man langweilig wäre, würde ich spielen. Aber es ist so, im Vergleich zu anderen Spielen, was man grad hier zocken ist, das bringt's mir leider nicht viel. Muss da rüber, da muss ich von dem, ja, genau. Hat mich, das Humanities erinnert mich dann irgendwie immer eher so an ein Handyspiel, ähm, The Last Day oder irgendwas hab ich da mal gespielt, das war auch so. Das hat dann auch irgendwie so geendet. So, schauen wir, was wir hinbringen. Strom ran. Craft the holographic object unknown floor. Oh, was kriegt man denn da Schönes? Das wollen wir natürlich noch sehen. Komm mir schon ein bisschen nach unten, so. Ohne, dass man... No, steck ich ihn jetzt fest. Ohne, dass man halt zu viel Damage kriegen, geht sich das aus. Oder am besten überhaupt ohne Damage. Okay. Beim letzten Mal hab ich's natürlich wieder überdrehen. Ah, die leuchtet da unten, muss noch irgendwo aktiv sein, wenn das noch leuchtet alles. Komm, schau. Ich hab ja extra meine Heil-Package mit, weil ich ja weiß, warum. Ich weiß sehr genau. So, irgendein holographisches Objekt craften klingt ja cool. Was kann man hier noch erforschen? Eieieieiei. W-was? Medical Station. Ah, ja, die können wir jetzt sogar... Die werden wir dann auch noch erforschen. Die werden wir aber auch bauen noch dann. Aber ich hoffe, dass es jetzt soweit wird, dass es fertig ist, dass wir nur mehr an dem Bauen hier dran sind. So, was soll, will der hier? Das schaut gut aus. Das soll ich craften. Polymer, Leiter, Platine, Energiekristall. Und fliegen dann hier weg, dass die Frame-Arte besser wird, aber... Technik, schau, dass da dabei steht. Crafted, Anna und Flora. Ja, machen wir das mal. Süß, aber das machen wir oben. Ich glaube, es haben wir hier einen Tisch. Boah, das hier genervt mich. Was? Ich kann das jetzt nicht zum Tisch stellen. Das ist fies. Das ist es. Das ist es, der Weg zu kreieren. Das ist das Daten, das helfen kann, die Madison zu kreieren. Wir brauchen das. Otherwise, once again, everything will die. Das heißt, das war's. Wir sind hier durch. Ich re-log jetzt mal kurz. Weil die Sieb-Frame-Ratte ist sehr nervend. Wir schauen uns noch kurz diese Heil-Ding an und dann sind wir schon am Weg zu der Demo. Lasse Marsch. $.А Marsch. Und Frame-Arte besser So Was brauchen wir jetzt noch für das Ding zu craften? Die Heilstation, die haben wir noch da sind Die Immunity-Booster läuft auch aus Also jetzt ist dann eh ziemlich Ende im Gelände Da kann man den Das Heilding, das ist ja Das ist eigentlich ja die Deko-Bank, wenn man das mal so sehen will Das hier Ich brauche dafür ein Bett Ein Bett an der Hauptplatine Bett Bett of Moses Hab ich kein Bett? Ich hab auch ein Bett gecraftet Habe ich noch das hier? Das ist wahrscheinlich hier drin Was war das jetzt? Nein Nein Bett Metall und Synthetix So ein Bett Energiekristall, Hauptplatine Gut, dass ich da, ich weiß ja, warum ich da zwei aufgestellt habe In Kürze übrigens muss ich meinen PC mal komplett auseinandernehmen Kupfer, Plastik und Leiterplatine Also Kupfer und Plastik Weil ich, der ist, also ohne Scheiß Ich achte da jetzt ja nicht so drauf, dass der innen drin das völlig verträgt Aber ich habe da letztens reingeschaut Ich glaube, mich trifft der Schlag Und ich bin wirklich nicht empfindlich Aber ich habe einen Lüfter Dieses Gitter geputzt Und hatte eine Handvoll Staub Aber deswegen so klebrig Weil ich in dem Zimmer bis vor einem Jahr geraucht habe Wie ein blöder jahrelang Und es hat sich alles da drin reinpickt in den Staub Und ich habe mir gedacht, bist du fertig Alter, das musst du irgendwie rauskriegen Ich glaube, ich spreng ihn einfach Habe da natürlich das gemacht, was ich immer mache Wenn irgendwas komplett dreckig ist Ich schmeiß weg und kauf was Neues Nein, mache ich nicht immer Aber ich habe mal Das ist ein selbstbautes Gehäuse Und ich wollte sowieso schon mal ein schöneres haben Das ist ein Aluminium mit einem Laser geschnitten Selbstbaut Bogen knietet und geschrauft mit Einziehmutter Und etc. Das war ja ein schönes Ding damals Und ist auch riesig Da kann ich, wie mein Sohn klein war Habe ich ihn reingesetzt Also das ist wirklich schön groß auch Da bringst du alles rein Aber irgendwann trennt man sich dann mal vor allem Und da das jetzt nicht mehr so hübsch auch ist Ähm Mehr, ja Werde ich mich wohl oder übel von diesem Gehäuse hier trennen Wobei, wie gesagt Es hat mindestens ein Jahrzehnt oder länger gute Dienste geleistet Vielleicht versuche ich es auch einfach irgendwie so In halben Säuren zu baden Und in der Sandstrahlenkabine abzublasen Je nachdem Mal schauen Aber ewig gute Dienste geleistet Und da hoffe ich, wenn ich alles zerlege Dass ich es auch wieder schaffe Ich meine Ich schaffe es zusammenzubauen Aber da gibt es oft Probleme dann mit USB und so Habe ich da oft Probleme gehabt Liegt aber an Windows dann Ich hoffe, dass das Sinn hat Wenn ich es jetzt mittlerweile nicht mehr Oh, klasse Apropos Wasabi Was macht denn deine Wasserkühlung Kühlt die Pumpe wieder oder ist sie im Eimer? Also läuft die Pumpe, geht die Kühlung Beleuchtung im Eimer oder was Beleuchtung war aus dann Was ist ja genau So, das stemmen wir jetzt hierher Was? Hallo Stefan Fürs Zurückkommen Ist das jetzt so wie die James-Bond-Filme? Also der Laserstrahl, der man jetzt irgendwie Wie die R schreibt Na gut, dürfte ja soweit funktioniert haben Wollen wir pennen? Dehydration Critical condition Naja, ist lang die Kühlung mal halbwegs live Das ist ja schon mal was Someone ist mir gefolgt Danke, someone Danke Gibt's einen Boom dafür Haben wir einen Boom, 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 Boom Das Lachen vergiss am Schluss Danke Danke, danke Boom, 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 Boom Ja gut Leute Ich würde mal sagen, das war's So weit erledigt Wir werden hier jetzt Beenden Und uns Weiter verkrümmeln Das schreit nach Thumbnail Weiter verkrümmeln Richtung Entschraudet Demo Hallo Megaman Achso Habe ich schon Hallo gesagt Der war vorher schon da Kann ich jetzt eigentlich hin Ohne diesen Immunity Booster? Geht das? Oder ist das eher Suboptimal jetzt? Ja, das mag mein Immunity jetzt nicht Dann gehen wir wieder Ne Also wie gesagt Das passt So weit ist es Cool Wir werden hier jetzt mal aussteigen YouTube beenden wir auch Das ist genau eine Stunde Das ist perfekt Eine Stunde in null Minuten Gut Leute Also alle hierbleiben bitte Es geht gleich weiter Dann entschraudet Der Stream läuft weiter Nicht weg gehen Und YouTube Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal Schaltet's wieder ein Dann schaut's mir auf Twitch vorbei Sagt's Hallo Drückt's Follow Abo Macht's was wollt's Kommt's vorbei Quatscht's mit mir Wir sehen uns beim nächsten Mal Ihr seid die Besten Bis dann Und Ciao Bis dann